Hallo Freunde, heute soll es mal um eines der berühmtesten Geschenke der Weltgeschichte gehen. Außerhalb aber auch auf dem Schachbrett. Welches das ist, das seht ihr hier an dieser Stellung. Ihr ahnt es bereits. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Also, bis gleich. Und damit herzlich willkommen beim Schachstatten. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir meine Videos gefallen, dann lasst doch irgendeine Reaktion da. Danke dir. Wir folgen heute der Partie von Murray Chandler gegen Dimitrios Anagnostopoulos, wenn das ansatzweise richtig ausgesprochen war. Und wir schauen aus der weißen Sicht und wir sehen eine französische Eröffnung. Wieder dieses klassische mit Springer C3, aber dieses Mal mit Läufer E7 als Variante. Und ja, der klassische E4, E5, Springer D7. Hier gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Varianten, wie den Allgärchen-Shatar-Angriff zum Beispiel. Aber der ganz klassische Zug ist hier Läufer schlägt, E7. Da haben wir E7. Und jetzt sehen wir einfach ein geschlossenes Zentrum und die gleichen Strategien grundsätzlich wie immer. Schwarz knabbert das Zentrum an und weiß, sollte das irgendwie versuchen zu stabilisieren. Und mit seinen Figuren hier irgendwie auf D4 sich irgendwann Platz verschaffen, in Anführungsstrichen. So, das heißt, wir können die nächsten Züge erstmal spielen. Das ist alles noch Theorie. R4, Rochade, Springer F3, C5. Man kann hier auch mit Schwarz A7, A6 spielen. Ich zeige das mal in der Variante. Um so Geschichten wie Springer B5 zu verhindern. Wenn man Angst hat, ob sogar vor der Rochade auch hier Zeit A6, das kommt alles auf Zugumstellung hinaus. Falls man Angst hat, dass hier vielleicht ein Springer auftaucht und das nicht mag. So gefährlich ist das nicht, aber zumindest nicht nach der Rochade. Okay. Wir schauen mal in der Partie. Folgt ja erstmal C5. Da haben wir D2. Und jetzt 6. Beide Seiten entwickeln sich ganz normal aufs Zentrum. Und hier kommt jetzt eine schöne Feinheit auch. Weiß rochiert nämlich. Und das sieht auf den ersten Blick super gefährlich aus. Und hier müssen wir mal einen ganz kurzen Augenblick eben reingucken. Und zwar, immer wenn die Zentrumspannung hier nicht aufgehoben ist und der Weiße König lang rochiert, dann besteht eine Gefahr. Und diesen Zug, diesen Muster, diesen Plan hinter diesem Zug, der jetzt folgt, den sollten wir zumindest kennen. Mit Weiß. Weil sonst würden wir den hoffentlich gar nicht erspielen. Und mit Schwarz aber auch. Und zwar ist hier der Zug, wir gucken mal eben, C5, C4. Und jetzt sehen wir einfach, man versucht das Zentrum abzuschließen. Die Weißen bekommen das Feld, D4 für seine Figuren, den Springer hauptsächlich, nicht mehr zur Verfügung. Und Schwarz möchte jetzt mit B7, B5, B4 sofort am Damenflügel losstürmen. Und selbst wenn das unter Bauernopfer geschieht, ist das kein Problem. Dann geht die B-Linie auf. Und die Dame kommt natürlich auch noch recht schnell dabei. Da versucht Schwarz einen Königsangriff zu starten. Und Weiß muss hier höllisch aufpassen und sich sehr, sehr gut auskennen. Die Stellung ist auch schon von super Top-Großmeistern gespielt, gar keine Frage. Aber man muss sich hier eben auskennen. Und man muss ein bisschen Theorie kennen. Dass man hier sofort diesen Gegenangriff startet mit F5. Und wir folgen jetzt glaube ich zum, also so Spieler wie Bologan, Neidic, Gallagher oder Matthias Wahrheits haben das hier mit Weiß schon gespielt. Also ganz schlecht kann es nicht sein. Also nach dem Motto, wenn du jetzt hier nimmst, dann kann ich hier auf D5 nehmen. Und ja, wenn Turm B8 kommt, um den Vorstoß hier vorzubereiten, dann versucht Weiß eben entsprechend am Königsflügel. Und dann entstehen völlig chaotische Stellungen mit wildem Spiel. Und da muss man natürlich noch ein paar Berge Theorie kennen. Aber dann sehen wir schon mal, worum es geht. Dann durch dieses abgeschlossene Zentrum hier, ja, gibt hier dieses Wettrennen sozusagen. Welche Bauern kommen zuerst und wer kann zuerst gegen den König irgendwie Drohungen aufstellen. In unserer Partie folgte jetzt nicht C5, C4. Und das ist nicht der einzig spielbare Zug hier, C5, C4, ja. Schwarz hat hier A7, A6 gespielt, so der Klassiker halt, um mit B5 dann im Zweifelsfall auch noch die Bauern nach vorne zu bringen, Raumgewinn am Damenflügel zu erzielen. Und vor allem dieser Zug B7, B5 und B5, B4 beinhaltet noch einen Plan. Denn wir wissen alle, im Franzosen ist dieser Läufer auf C8 oftmals, ja, ganz, ganz furchtbar schlecht. Den muss man irgendwie aktivieren. Und einer der Pläne ist B5, B4 mit Tempo hier. Der Springer muss wegziehen. Und dann A5 und dann hat dieser Läufer hier auf einmal die Möglichkeit nach A6 zu kommen. Und hier spielt er dann mit, kann sich irgendwo gegebenenfalls tauschen. Und dann ist Schwarz schon mal eine ganz, ganz große Sorge los. Das ist so der Grundplan von diesem A7, A6, nebst Bauernsturm. Okay, jetzt kommen wir aber zur Kehrseite der Medaille. Wenn Schwarz hier dieses Zentrum nicht abschließt, also nicht mit C5, C4 abschließt, dann hat Weiß eben die Möglichkeit, und das hat Schendler hier gemacht, mit D4 schlecht C5, sich dieses Feld hier für seine Figuren zu besorgen. Sprich, dieser Springer, der ja sowieso irgendwann hier angegriffen wird, kann jetzt über E2 auf das schöne Feld D4 gehen. So, Schwarz schlägt im Regelfall mit dem Springer zurück, um damit der Springer hier eben schön aktiv steht. Hier in dieser Partie folgt ihr da mit C5. Das ist per se noch kein entscheidender Fehler, aber schon ungewöhnlich. Weiß spielt Läufer D3, ganz normaler Zug, Figuren entwickeln, alles gut. Und jetzt, ja, warum auch immer, passt Schwarz nicht auf und spielt B7, B5 und guckt nur auf seine Ideen, möchte B5, B4 spielen. Hm, aber, ja, da hat der Fehlerteufel sie eingeschlichen und der Schwarze bietet dem Weißen ein großes Geschenk an, von dem ich eben gesprochen habe. Und wir werden es alle kennen, als Greek Gift, griechisches Geschenk. Läuferopfer auf H7, nämlich dieses Berühmte. Und hier, ob es geht oder nicht, können wir ja zumindest mal abschätzen. Wir haben einen Läufer, der sich opfern muss, das ist klar. Wir brauchen einen Springer, der hinterherkommt. Dieser Bauer auf E5 ist sehr, sehr hilfreich, um das Feld F6 zu haben, damit Schwarz nicht mit Springer F6 den Punkt H7 beschützen kann. Und wenn dann die Dame noch dahinter herkommen kann, im Regelfall geht sie über D1 nach H5, aber sie kann hier eben auch zum Beispiel über D3, auf den weißen Feldern, hier mit Schacharbeiten oder Matt drohen und dann hier über die dritte Reihe schwenken. Und wenn also diese ganzen Voraussetzungen gegeben sind, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns diesen Zug wie Läufer H7 relativ instant einfach spielen würden. Ich glaube, zu dieser Thematik, das war mein allererstes Video, was ich vor sieben Jahren oder so mal gedreht habe. Noch in überschaubarer Akustik, Audioqualität, ja, aber da habe ich schon mal so ein paar Grundideen erzählt. Das könnt ihr euch gerne im Zweifelsfall auch nochmal angucken. Und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr die Audioqualität nochmal verbessert haben wollt oder so. Okay, Läufer Opfer auf H7, Schach. Der Schwarze muss natürlich schlagen, sonst hat er einen Bauern weniger. Ein Schach, dann kündige ich jetzt zurück und es folgt Dame D3. Und jetzt sehen wir, zack, es droht Matt auf H7. Jetzt muss Schwarz das ja erstmal abwehren, gar nicht so einfach. Und die Dame droht ja hier auch noch rüber zu schwenken. Jetzt schauen wir uns mal eben eine ganz kurze Variante an, nämlich, wenn Schwarz jetzt hier so mit G6 scheinbar dieses Matt hier auf dieser Diagonale abwehrt, dann kommt die Dame hier über die dritte Reihe und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt droht hier einfach Schachmatt. Ja, und auch jeglicher Fluchtversuch wäre jetzt zu spät, denn Matt auf F7. Ja, ihr seht also, es kann schnell gehen. Also dieses G7, G6 ist hier natürlich auch keine wirkliche Lösung für Schwarz. Was wäre jetzt noch eine Lösung? Tja, irgendwie dieser Turm muss wegziehen. Bleibt die Frage, wohin? Ist E8 oder D8 besser? Und diese Antwort finden wir auch tatsächlich in einer Partie von Daniel Stellwagen gegen Juma. Und hier schauen wir uns mal eben eine Variante an. In dieser besagten Partie hat Schwarz nämlich Turm D8 gespielt. Und das ist aus einem ganz bestimmten Grund schlecht. Wir kommen sofort dazu. Dame H7 Schach. Zack, Zack. So, und jetzt droht hier auf F7 ein Matt und das Problem ist, Schwarz muss jetzt noch einen Zug opfern. Er würde aber unglaublich gerne natürlich mit dem König hier schon fliehen. Aber dazu steht der Turm auf einem falschen Feld. Und ja, jetzt ahnen wir auch, warum Schwarz in unserer Partie Turm E8 gespielt hat. Ich zeige euch mal eben ganz kurz, wie diese Partie hier weiterging. Ihr könnt ja mal gerne reingucken, ein kleines taktisches Feuerwerk abbrennen. 3, 2, 1. Und zwar kann Weiß hier diesen Springer auf E6 opfern. Dieser Bauer ist gefesselt. Muss der König schlagen. Dann kommt Turm D5. Tempo auf die Dame. Die gibt einen Schach. Und dann gehen wir zur Seite. Und jetzt haben wir mit Weiß eine ganz, ganz starke Drohung. In der Partie folgt der Springer B4. Aber das wäre die Drohung nicht ab, aber die ist auch nicht abzubehören. Und nach Springer B4 kommt der schöne Zug. Turm D7. Damit wird dieser Verteidiger vom F8 auch entfernt. Wenn jetzt der Läufer schlüge, nur damit die Türme sie decken, dann kommt hier Dame F6. Und ja, der König hat kein Fluchtfeld mehr. Ja, dann war es das schon. Und in der Partie folgte jetzt der König D7. Dafür hängt der F8. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier noch Turm, Springer. Der Bauer wird auch noch fallen. Wir haben jede Menge Bauern für die Figur. Plus diesen schlecht stehenden König. Ja, und die Partie ging dann am Ende des Tages hier so aus, dass der Springer B4 jetzt auch noch hing. Noch mal eine schöne kleine Kombination, wie ich finde. Ja, kleine Gabel hier auf D5. Und weiß gewann die Partie. Sehr, sehr einfach. Okay, das ist so ein kleiner Ausflug. Und dann wissen wir jetzt auch, dass D8 schlecht ist. In unserer Partie kam Turm E8. Das Schach, König F8. Ja, aber jetzt, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr die Partie auch zu Ende bringen könntet. Denn nur zu leicht vertut man sich hier. Ich zeige mir eine Variante. Weil wenn wir jetzt wieder so ganz schablonenhaft dieses Schach geben würden, dann würde der König jetzt tatsächlich hier so entkommen. Und dann wäre auch kein Matt. Denn er muss jetzt diesen F7 nicht denken. Denn er kann fliehen. Klar, er verliert ein bisschen Material noch den einen oder anderen Bauern. Der Springer steht da ja auch scheinbar sehr gut. Aber es ist eben kein Matt. Und dann kann Schwarz wieder kämpfen. Deswegen, nach König F8 brauchen wir einen anderen Weg. Und den hat Murray Chandler hier gefunden. Und zwar mit Dame H5. Und jetzt droht einfach ziemlich unmissverständlich Matt auf F7. Ich kann natürlich nicht mit Schwarz jetzt hier abwehren mit Turm E7. Dann mache ich mir das Fluchtfeld zu. Es folgt einfach Dame H8. Also muss ich mir was anderes ausdenken. G6 ist auch sehr, sehr grenzwertig. Wir haben eine kurze Variante zeigen. Drohe ich auch wieder hier. Und zusätzlich habe ich jetzt hier noch schwarzfällige Schwächen kreiert. Auch nicht hilfreich für Schwarz. Also hat er in der Partie Springer D8 gespielt, um den hier zu denken. Okay. Und ja, aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir keinen Schach. Also auf F7 nicht. Kein Matt. Aber wir haben Springer H7. Ja, total unscheinbare, ungewöhnliche Züge für dieses Griechische, für dieses Greek Gift. Denn ja, der König wird jetzt hier nach G8 gezwungen. Warum wird er nach G8 gezwungen? Weil er nicht raus kann, wegen Dame G5. Und jetzt kann, und dann sehen wir wieder, wie wichtig dieser Bauer hier ist, dass eben auch dieses Feld gedeckt ist, dass der König nicht fliehen kann. Und auf Züge wie F6, dann hängt der G7 hier zum Beispiel. Und dann hängt hier quasi alles und dennoch. Und jetzt haben wir schon drei Bauern mehr. Ja, plus Angriff. Auch wenn es kein Matt wäre, ist natürlich trotzdem eine Gewinnstellung für Schwarz. Ja, für Weiß, Entschuldigung. Deswegen wird der König gezwungen, hier nach G8 zu gehen. Okay. Tja, aber jetzt, was soll jetzt? Die H-Linie verstopft. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann geht der König auch wieder. Hätten wir nur eine Zugwiederholung. Das stimmt, aber Weiß hat noch eine zweite Möglichkeit. Nämlich, neue Figuren braucht das Land. Neue Figuren werden in den Angriff hineingeführt. Wir wollen damit, mit alle People to the Party oder so, so hieß das, glaube ich. Den Turm hier über H3 und zusammen mit der Dame dann schon mal was drohen. Okay, jetzt wird es langsam ernst für Schwarz. Er hat Dame E7 gespielt. Wir gucken uns mal eben an, ob es hier noch eine andere Rettung vielleicht gegeben hätte. Vielleicht Dame F2, um vielleicht hier auf den F4 zu gehen, dass der mit Schach fällt. Dann ist vielleicht der E5 weg und der Springer kann hier zum Verteidigung irgendwie hoffen. Aber hier gibt es den schönen Zug. Turm F3, was die Dame angreift. Den F4 deckt, die Dame muss wegziehen, geht nach G2 und jetzt hängt der F4 eben nicht mehr. Jetzt kommt der Turm H3 wieder starker zu. Ja, der Turm hier hängt, aber nach Springer G1 habe ich mit Schwarz keinen Schach mehr. Der König ist gesichert und wir drohen schlicht und ergreifend Springer F6 und Dame H8 matt. Und das ist nicht abzuwehren. Ja, schöne Variante, wie ich finde. Deswegen nach Turm D3 wird die Luft langsam dünn für Schwarz. Er versucht mit Dame E7, um nach Turm H3 mit F6 zu spielen. Wenn hier ein Bauer schlägt oder der Springer schlägt, dann kann der Bauer zurückschlagen und die siebte Reihe öffnet sich zur Verteidigung. Vielleicht ist da noch was möglich. Aber wenn man genau hinguckt, ist es eben nicht möglich. Denn Weiß beendet die Partie auf glanzvolle Art und Weise, indem er mit Springer schlägt F6, die H-Linie räumt. Wir drohen jetzt hier wieder rein zu kommen. Der Springer schlägt. Wir gucken uns kurz an, was passiert, wenn jetzt wirklich der Bauer schlüge. Ja, jetzt ist auf H7 kein Matt. Aber problematischerweise kommt die Dame da oben rein. Und jetzt kommt der Turm noch dabei. Und dann haben wir ein Problem mit... Ne, haben wir gar nicht. Entschuldigung. So schnell kann man sich vertun. Jetzt bin ich mit den Varianten. Jetzt kommt der König raus und jetzt haben wir das Problem, dass die Dame mit Tempo hängt. Das war das. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Man freut sich schon. Man sieht sich schon auf dem Siegerstreppchen und macht irgendwie einen Ungenauen. Und schon ärgert man sich wieder für den Rest des Tages. Ah, furchtbar. Deswegen sollte man hier mit Turm G3 spielen. Jetzt haben wir hier wieder zwei Linien verstopft. Der König muss wegziehen. Und dann können wir eben mit dem Schach kommen. Und hier mit der Dame Matt setzen. Puh, ja. Schwarz könnte die Dame zwischenziehen und opfern. Das hinauszögern. Aber natürlich auch die Partie verlieren. Und deswegen... Deswegen ist G mal F hier auch nicht möglich. Aber ihr seht, ja, vielleicht hätte man es nochmal probieren sollen. Und vielleicht macht der Gegner ja auch im Überschwang seiner Gefühle irgendwie auch mal einen Fehler. Kann ja auch passieren. In der Partie folgte Springer F6, um diesen Bauern hier noch zu haben, ja. Dann damit man sich vielleicht noch irgendwo verstecken kann, wie auch immer. Aber es folgte einfach E mal F. Jetzt haben wir dann ein Problem. Also auch schwarz haben ein Problem. Ja, die Dame hängt. Die Dame kann aber nicht schlagen, weil dann der Turm auf E8 umgedeckt wäre. Ja, und wenn der Bauer Schlüge geht, entsprechend wieder hier die Geschichte mit Turm G3 und Dame H8, H7. Die gleiche wie gerade. Und... Ach, ja. Was soll schwarz machen? Aufgehen. Sehr gut. Ja, das war nur 22 Züge. Aber da war einiges drin. Ja, und dieses Laufopfer, so berühmend es ist, ist wirklich erstaunlich, dass immer noch ab und zu mal jemand drauf reinfällt. Deswegen haltet die Augen offen, damit ihr nicht selber drauf reinfällt. So, noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.